Hast du dich jemals gefragt, warum es Menschen gibt mit Rhesus-negativer Blutgruppe? Ist es einfach Zufall, ein Fehler im Erbgut oder deutet es auf etwas ganz Besonderes hin? Sind es die Auserwählten mit einer besonderen Abstammung? Was steckt wirklich dahinter? Aber jetzt heiße ich dich erst einmal von ganzem Herzen willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Und wenn dich spirituelle Themen interessieren, dann abonniere gerne meinen kostenlosen Newsletter, wo ich jede Woche wichtige Informationen mit dir teile. Den Link dazu findest du direkt hier unter dem Video. Man sagt, Menschen mit Rhesus-negativer Blutgruppe haben besondere Fähigkeiten. Aber was bedeutet das wirklich? Zum Beispiel wird ihnen eine höhere Intuition zugesprochen oder dass sie besonders sensibel sind, eine direkte spirituelle Verbindung haben, dass sie besonders in okkulten Ritualen besondere Macht und Fähigkeit besitzen. Es gibt auch Behauptungen, dass Rhesus-negative Menschen eine ungewöhnliche Augenfarbe haben, eher grüne oder haselnussbraune Augen haben. Und oftmals sind diese Augen interessanterweise lichtempfindlicher, was auf eine stärkere Sensitivität hindeutet gegenüber bestimmten Energien. Und was ist mit ihrer Haut? Es wird vermutet, dass Rhesus-negative Menschen empfindlicher sind gegenüber Sonnenlicht, dass ihre Haut anfälliger ist und vor allem für lichtinduzierte Hautkrankheiten. Könnte das ein weiteres Zeichen sein für eine ungewöhnliche Herkunft von Rhesus-negativen Blut? Vielleicht sogar in Verbindung zu kaltblütigen Wesen wie den Reptiloiden. Noch faszinierender ist die Theorie, dass sie möglicherweise zusätzliche Wirbelkörper besitzen, mehr als der Durchschnittsmensch. Und ebenso, dass sie einen niedrigeren Herzschlag haben. Und natürlich, dass sie ganz besondere Fähigkeiten besitzen, wie die Hellsicht und die Telepathie. Und resistenter sind gegenüber bestimmten Krankheiten. Und das macht sie robuster und widerstandsfähiger. Was ist dran an all diesen Ideen? Und vor allem, woher kommt diese Blutlinie? Denn irgendwie scheinen diese Menschen mit Rhesus-negativen Blut nicht richtig kompatibel zu sein mit den Normalos, den Rhesus-positiven Menschen. Und ja, das war gewollt. Aber mehr dazu später. Bevor wir tiefer einsteigen, lass uns zuerst klären, was Rhesus-negativ überhaupt bedeutet. Der Rhesus-Faktor ist eine Art Protein, die sich auf roten Blutkörperchen ablagert. Und das bestimmt, ob jemand Rhesus-positiv ist oder Rhesus-negativ. Rhesus-positiv bedeutet, dass jemand das D-Antigen auf seinen roten Blutkörperchen hat. Und dadurch wird es Rhesus-positiv bezeichnet. Etwa 85% der Menschen weltweit sind Rhesus-positiv. Was ist Rhesus-negativ? Rhesus-negativ bedeutet, dass dieses besondere D-Antigen auf den roten Blutkörperchen fehlt. Was diese Personen dann zu Rhesus-negativ sozusagen als Blutgruppe man bezeichnet. Und diese Rhesus-negative Blutgruppe haben ungefähr 15% der Weltbevölkerung. War dieser Prozentsatz einmal höher? Ich weiß, da gibt es Spekulationen, doch dazu auch gleich mehr. Der Rhesus-Faktor spielt eine wichtige Rolle. Nicht nur bei Bluttransfusionen, sondern auch in der Schwangerschaft. Und bestimmt hast du davon schon gehört. Wenn eine Rhesus-negative Person Rhesus-positives Blut erhält, dann kann das das Immunsystem, das D-Antigen, als fremd erkennen und eine Immunreaktion auslösen. Das kann zu ernsten Komplikationen führen, die in schweren Fällen lebensbedrohlich sein können. Und während einer Schwangerschaft, wenn eine Rhesus-negative Frau ein Rhesus-positives Baby erwartet, kann ihr Körper Antikörper bilden gegen das D-Antigen des Babys. Und das kann zu einer Rhesus-Unverträglichkeit führen, was das Baby dann mitunter lebensbedrohlich gefährden kann. Vor allem dann auch in weiteren Schwangerschaften, wenn der Körper der Mutter bereits sehr sensibilisiert ist, dieses D-Antigen abzuwehren. Und um das zu verhindern, wird der Mutter eine Anti-D-Spritze verabreicht, die verhindert, dass ihr Körper diese Antikörper bildet. Und da ist es wichtig zu verstehen, dass diese Spritze die Blutgruppe des Babys nicht ändern kann. Ich weiß, da gibt es andere Aussagen, aber man kann durch eine Spritze nicht die Blutart verändern. Denn der Rhesus-Faktor ist genetisch veranlagt und durch keine medizinische Intervention kann man das verändern. Aber noch ganz kurz, bevor es dann richtig spannend wird, wie wird der Rhesus-Faktor eigentlich vererbt? Jeder Mensch erbt zwei Gene, eins von der Mutter und eins vom Vater. Wenn beide Gene das Negativ-Merkmal tragen, also Rhesus-Negativ, wird die Person Rhesus-Negativ sozusagen sein. Wenn ein Elternteil ein Rhesus-Positives und ein Rhesus-Negatives Gen trägt, gibt es eine 25%ige Wahrscheinlichkeit, dass das Kind Rhesus-Negativ ist. Falls der andere Elternteil ebenfalls ein rezessives, negatives Gen trägt. Es ist da so möglich, dass zwei positive Rhesus-Blutgruppen, Personen, die in einer Beziehung sind, sogar ein Kind zeugen können, dass Rhesus-Negativ ist. Übrigens, in Europa gibt es einen höheren Prozentsatz von Rhesus-Negativen Menschen als in anderen Teilen der Welt. Doch warum ist das so? Und welche mysteriösen Theorien ranken sich um die Blutlinie? In der baskischen Bevölkerung liegt der Anteil der Menschen mit Rhesus-Negativen Blut bei etwa 30 bis 35%. Das ist signifikant höher als in anderen europäischen Populationen, wo der Durchschnitt bei rund 15% liegt. Die Basken, ein ganz besonderes Volk, das im Norden Spaniens und auch im Südwesten Frankreichs lebt, hat sich geografisch zumindest lange Zeit isoliert und kämpft seit Langem für die eigene Unabhängigkeit. Ganz bestimmt hast du davon auch schon gehört. Und warum haben sich die Basken so sehr abgegrenzt und ihre eigene Kultur entwickelt? Die baskische Sprache, Euskara, ist nicht mit irgendeiner anderen bekannten Sprache verwandt. Sie hat keine erkennbaren Wurzeln in der indoeuropäischen Sprachregion Europas. Interessanterweise weist Euskara in einigen Aspekten Ähnlichkeiten mit semitischen Sprachen auf. Semitische Sprachen gehören zur Sprachfamilie der hebräischen und arabischen Kultur. Diese Ähnlichkeiten haben Spekulationen geweckt, dass die Basken aus einer anderen möglicherweise semitischen Quelle stammen könnten. Auch die Cherokee Indianer in Nordamerika haben ebenfalls eine sehr auffällig hohe Rhesus-negative Quote in ihrem Volk. Und auch sie haben eine Sprache, die in ihrer Struktur einzigartig ist. Und ebenso auch in Irland gibt es einen höheren Prozentsatz von ca. 20 bis 23 Prozent an Rhesus-negativen Menschen, die diese Blutlinie in sich tragen. Auch in Schottland ist dieser Anteil höher. Auch das sind Völker, die sehr, sehr rebellisch sind. Und ebenso auch die Berber in Nordafrika, in Marokko, in Algerien und Tunesien sowie einige Beduinenstämme haben einen höheren Anteil an Rhesus-negativen Blut. Und auch sie sind eher Völker, die sich ein Stück weit abgrenzen von den anderen. Doch jetzt lasst uns einen Schritt weiter gehen. Woher kommt Rhesus-negatives Blut? Und ja, es hat mit einer Kreuzung zu tun. Mit einer anderen Rasse, die nicht sozusagen die gleichen Gene hatte wie wir Menschen. Doch die Annahme ist weit verbreitet, dass diese Einflüsse scheinbar von Reptiloiden Wesen sind, die genetische Manipulationen mit uns Menschen gemacht haben und somit diese Reptiloide Gene dafür verantwortlich sind, dass das Rhesus-negative Blut, diese Blutlinie, entstanden ist. Und ich möchte in diesem Video niemanden von meiner eigenen Wahrheit überzeugen, sondern schau einfach, was mit dir wirklich in Resonanz geht. Und ich spreche als Medium mit Informationen, die ich von höheren Ebenen erhalten habe. Von den Sirianern direkt und den Sasani. Und wenn ich mich mit ihnen verbinde, erlebe ich dort ganz viel Frieden und nicht eine Energie, die so sehr geprägt ist von diesen dualen, polaren Ideen, die wir hier auf der Erde haben, wo wir sehr schnell urteilen und die Dinge in Gut oder Böse einteilen. Und dort erlebe ich, dass diese höhere Perspektive etwas ist, das uns helfen kann, die Dinge aus einer höheren Ebene zu verstehen. Und dass wir diese Idee, das Weltbild immer nur in Gut und Böse einzuteilen, ein Stück weit jetzt auflösen dürfen. Und ich weiß, es gibt auch viele Theorien, wenn es dann um diese rhesus-negative Blutlinie geht, dass das auch mit der englischen Königsfamilie in Verbindung stehen könnte. Und dass sozusagen diese Menschen, die diese Blutlinie in sich tragen, die Weltmacht anstreben und von Reptiloiden Energien unterstützt werden oder sogar Shapeshifter sind, die sozusagen als Reptiloide sich verkleiden, ein Stück weit und dann als Mensch erscheinen. Und natürlich, du darfst das gerne glauben, wenn das dein Weltbild so zulässt. Und jeder glaubt das, was ihm dient. Aber auf einer höheren Bewusstseinsebene dürfen wir verstehen, dass wir mit dieser Art von Werten und Ablehnung und Angst uns buchstäblich in niedrigen Frequenzräumen festhalten. Diese besondere Blutlinie, die rhesus-negative Blutlinie, hat ihren Ursprung im Sternensystem von Sirius. Und dort in diesen Welten, die ganz stark geprägt sind, auch von dem Element Wasser, in den Welten von Sirius, wenn ich mich medial verbinde, erlebe ich ganz viele Wesen, die im Wasser leben. Und es dort auch Gruppen gibt von Wesen, die eher kaltblütig sind. Aber das muss nicht bedeuten, dass sie jetzt Reptiloide sind. Und diese Wesen waren Hüter von uraltem Wissen und Meister der Energiearbeit, sind sie auch heute noch. Und diese Sirianer standen in Kontakt mit der Bevölkerung von Atlantis. Dort gab es einen regen Austausch zu diesen Zeiten zwischen den Sternenvölkern und der Bevölkerung von Atlantis. Und dort haben sie eben genetisch diese neue Blutlinie kreiert, um sich ein Stück weit mit ihren Energien abzugrenzen und ihre Rituale auf der Erde fortzusetzen. Und sie brachten tiefe spirituelle Erkenntnisse und Praktiken und fortgeschrittene Techniken der Energiearbeit hier auf die Erde. Und das war von unschätzbarem Wert. Doch Atlantis, die Bevölkerung damals, war eine Zivilisation, wo es auch sehr viele Menschen gab, voller Ehrgeiz. Und viele begannen, dieses Wissen für ihre eigenen Zwecke zu nutzen, um andere zu manipulieren und zu kontrollieren. Und dafür waren diese Rituale ursprünglich nicht gedacht, doch sie sind sehr, sehr kraftvoll. Und wurden damals eben von den Atlantern für Machtspiele und Kontrolle missbraucht. Und die Menschen auf Atlantis verloren sich in ihrer Gier nach Meer. Und diese Verfälschung des ursprünglichen Wissens führte schließlich auch zum katastrophalen Untergang von Atlantis. Damals schlugen Kometen ein auf Atlantis und es führte zu großen Veränderungen hier auf der Erde im Klima. Und auch, dass der Wasserspiegel sehr stark stieg und somit das Reich von Atlantis weit unter dem Meeresspiegel heute versunken ist. Doch, diese Dinge werden wieder ans Licht kommen. Und das ganze Chaos, das Atlantis erzeugt hatte, führte dazu, dass die Sternenvölker sich ganz bewusst zurückziehen mussten oder auch zurückziehen wollten vom Spielplatz Erde. Und das führte dazu, dass dieses Wissen, dass wir Sternengeschwister haben, dass wir miteinander in Kontakt stehen, dass wir buchstäblich ihre Gene in uns tragen, das wurde vollkommen vergessen. Und die Erde tauchte in eine Zeit der Dunkelheit, bevor dann mehr oder weniger alles wieder neu entstand und erschaffen wurde. Und mit dem Untergang von Atlantis verließen verschiedene Gruppen, die eben diese besondere Blutlinie in sich trugen, die langsam untergehende Stadt. Das war ein Prozess über, glaube ich, 20 Jahre, bis es dann zum endgültigen Untergang von Atlantis kam. Und eine dieser Gruppen ließ sich zum Beispiel im Baskenland nieder, in der Region, die eben bis heute diese besondere Blutlinie in sich trägt. Und auch die anderen Völker, die ich vorher genannt habe, sind eben auch Nachfahren dieser besonderen Blutlinie, die noch dieses tiefere Wissen und dieses Erbe der Syrianer in sich trugen und bewusst bewahrten. Auch die Druiden in England sind die Nachfahren der Atlanter, die damals Atlantis verlassen haben. Und natürlich ihren Einfluss im heutigen England, Schottland und auch in Irland ausgeübt haben. Und teilweise noch diese geheimen Rituale pflegten. Eine Zeit lang zumindestens noch, die eben verankert war in diesem Wissen von dieser Rhesus-negativen Blutlinie. Doch wie ist es jetzt heute? Haben nur bestimmte Menschen mit diesem Rhesus-negativen Blutzugang zu diesem alten Wissen und können diese magischen Rituale vollführen? Nein, denn heute ist das Energielevel ein ganz anderes. Die Energien, die Frequenzen sind sehr, sehr hoch inzwischen hier auf der Erde. Und das heißt, du kannst diese Energien in dir aktivieren, wenn deine Frequenz entsprechend in dieser Schwingung ist. Und all diese Geheimnisse dieser Blutlinie sind heute nicht mehr verborgen, sondern wenn wir bereit sind, dann werden wir diesen Zugang finden zu diesem Wissen. Und wieder diese wahre Verbindung zu unseren Sternengeschwistern aktivieren können. Denn das können wir heute über unsere eigene DNA. Und wieder viele Gemeinsamkeiten finden, wieder diesen Kontakt herstellen mit unseren Sternengeschwistern. Die Syrianer und die Sasani sagen, dass die Rhesus-negative Blutgruppe heute keine so große Rolle mehr spielt. Denn wie gesagt, wenn du deine DNA aktivierst, dann ermöglicht es dir, dieses höhere Bewusstsein zu erreichen und zu aktivieren. Und die alten Vorstellungen, dass etwas in dir unterdrückt wird, weil du ja kein Negativ-Rhesus-negatives Blut hast, sondern nur Positiv-Rhesus-Faktor hast und dir etwas fehlen würde, ist nicht wirklich wahr. Rhesus-negativ ist nur ein Aspekt, übrigens von außerirdischer DNA. Wir Menschen tragen noch so viel mehr außerirdische Gene in uns, von vielen unterschiedlichen Welten und Sternenvölkern, nicht nur von den Syrianern. Und wir haben alle besonderes Blut. Und die Vielfalt der Menschen ist ein Ausdruck dessen, mit was für unterschiedlichen Wesen wir in Verbindung stehen. Jeder Mensch ist besonders und jeder von uns trägt außerirdische Gene in sich. Im Grunde sind wir alle ja selbst Außerirdische, wenn man das von außen betrachten würde. Und so lebst du in einer Welt, die sich ständig verändert, einer Welt, die sich in Richtung Einheit und Vielfalt bewegt. Du bist ein Teil einer, man könnte sagen, Multikulti-Kultur, die genau so sein soll. Denn du bewegst dich in einer Ära, in der äußere Merkmale nicht mehr das Wichtigste sind. Stattdessen geht es darum, das zu erkennen, was dich mit anderen verbindet, als das, was dich von anderen trennt. Es ist an der Zeit, dass du dir selbst die Erlaubnis gibst, dein volles Potenzial zu finden und zu leben. Denn niemand sonst kann dir das nehmen und niemand sonst kann es dir geben, nur du selbst. Und darin liegt eine Kraft, die darauf wartet, erkannt und entfaltet zu werden. Die heiligen Rituale von damals, die einst nur wenigen vorbehalten waren, sind heute für dich zugänglich über die heilige höhere Magie. Es liegt an dir, sie zu nutzen oder nicht. Doch je mehr du die energetischen Gesetze verstehst und in dein Leben integrierst, desto größer wird der Unterschied, den du machen kannst. Erkenne, dass das wahre Potenzial in dir liegt, dass du der Schöpfer deiner eigenen Realität bist. Die Zeit des Trennenden ist vorbei. Jetzt ist die Zeit des Verbindenden. Geh gemeinsam mit anderen in dieses neue Zeitalter, in dieses neue Bewusstsein, wo Liebe und Einheit die treibende Kraft sind. Und diese Kraft trägst du in dir, das zu erschaffen. Die Magie des Lebens liegt buchstäblich in deinen eigenen Händen. Die Zukunft gehört dir. Und wenn du bereit bist, dein Licht strahlen zu lassen, dein volles Potenzial zu entfalten, dann wirst du sehen, dass das Leben magisch ist. In diesem Sinne, teile dieses Video gerne mit anderen Menschen. Ich denke, es ist ein sehr, sehr wichtiges Video, um aufzuklären, um Menschen in ihrer Frequenz anzuheben. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal und ich liebe dich.